Hallo Leute, wie ihr wisst ist das Thema Golf in meiner fußballfreien Zeit auf jeden Fall ganz wichtig für mich. Heute habe ich mir was besonderes überlegt. Wie ihr schon wisst war ich in letzter Zeit öfters mit Marcel Siem unterwegs und heute habe ich ihn getroffen. Ich habe ihn eingeladen Marcel. Servus, danke für die Einladung. Marcel Siem übrigens vierfacher European Tour Winner, also ihr könnt euch vorstellen, es wird nicht leicht für mich. Schauen wir mal, es ist ja auf jeden Fall ein bisschen schwer gemacht und ich freue mich drauf. Es wird ein bisschen Action dabei sein, aber bevor es losgeht, bevor wir auf die Driving Range gehen, packt man auch ein bisschen. Wormer-Programm ist jetzt durch. Sagen wir mal ein bisschen Gas geben draußen. Bisschen spannender oder? Bist schon nervös, ne? Ich bin nervös. Ich habe schon ganz schwitzige Hände da. Ist schon okay. Auf geht's. Machen wir ein bisschen Action. Ja jetzt sind wir angekommen Marcel, die Challenge läuft folgendermaßen ab. Wir schicken gleich hier eine Drohne auf 100 Meter Distanz und wir müssen natürlich versuchen das Ziel, in dem Fall die Laterne. Also nicht die Drohne? Ne, nicht die Drohne. Nicht die Drohne. Ne, wer die Laterne oder das Ziel, das fliegende Ziel praktisch trifft. Okay. Auf 100 Meter Distanz gibt es zum Beispiel 100 Punkte. Da ich gesehen habe, dass du schon in Topform bist, könnte man fast auch ein bisschen zocken. Ach so, okay, ja gerne. Ich meine für einen guten Zweck, wir können da die Young Wings Stiftung wieder ein bisschen mit einbauen. Das finde ich super. Ja, freue ich mich drauf. 2 Euro pro Plus ist super. Aber ich werde dir trotzdem deinen Allerwertesten aufreißen. Ja, ich merke das schon. Hergeschenkt wird nichts. Wir sind alle Wettcamper. Wir sind Wettcamper. Genau. Und, ganz wichtiges Element, beim Treffer gibt es einen. So, jetzt geht es los. Der Profi hat die Ehre. Marcel, leg vor. Alles klar, 10 Bälle auf die 100er. Die Wumme, die dicke Wumme hat er schon mal rausgeholt. Spaß macht's. Sehr gut. Gutes Training. Oh, no. No. Euda, euda, euda. Ich dachte, das war es schon. Das war schon fast so, so, so ein, so ein, so ein klein, so ein. So ein kleiner, ne? So ein kleiner, so ein. So ein kleiner. So Junge. Trotz einiger wirklich überragenden Versuche haben wir die 100 Meter nicht geschafft, wir müssen mit der Drohne näher ran, dann schauen wir mal, also wir geben alles, aber es braucht Zeit. Trotz höchster Anstrengungen und Bemühen und auch Qualitätsschlägen haben wir jetzt die Treffermöglichkeit noch mal ein bisschen erhöht, wir haben jetzt drei lebendige Ziele, also man sieht, der Zeitwind von links drückt da auch ein bisschen rein, ne, jetzt schauen wir mal, also wir wollen, wir gehen heute nicht hier weg, bevor wir kein Ding getroffen haben, außer wir treffen keinen, dann gehen wir trotzdem. Das gibt es doch nicht, die Drohne hat sich bewegt? Drohnenmeister! So, hey! Hahaha! Jetzt, komm! Ah! Almost! Almost! Come on Marshall, hit it once! Jaaah! Spannend jetzt! Jaaah! Jawoll! Jaaah! Jawoll! Jaaah! 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 Jaa, du und Seppi du kannst mich mal! Ja!